Grüßt euch zu einem Unboxen Video. Diesmal geht es um ein Temperatursensor mit Feuchtigkeitsinformationen. Das Ganze ist natürlich per App ablesbar über das Handy und es ist dann dann zum Beispiel dafür gedacht, dass wenn ihr, zum Beispiel beim Wein oder bei bestimmten Gegenständen, wo die Luftfeuchtigkeit einfach nicht zu hoch sein darf, dass ihr da einfach ein bisschen mehr Kontrolle habt und das einfach regelmäßig mal überprüfen könnt, ob da alles in Ordnung ist. So, und dafür ist genau dieses Gerät hier da. Dann schauen wir mal. Ja, da ist es. Mit dabei ist noch hier so eine Befestigung, um das nochmal überall befestigen kann. Ja, und hier wird dann auch genau erklärt, wie das Ganze dann mit dem iPhone verbunden wird oder mit dem Telefon. Also je nachdem, wer ich es hier habe. Ich guck mal, ob das auch eine andere Sprache ist, aber nein, ist das nicht. Also hier könnt ihr genau sehen, wie das Ganze so aufgebaut ist. Ja, ich bin gespannt, wie das Ganze funktioniert. Vom Aussehen her macht es eigentlich einen guten Eindruck. Sieht eigentlich doch sehr wertig aus. Ja, mal gespannt. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich bin gespannt.